Herr Karl Kreile, geboren am 11. Oktober 1957 in Aschaffenburg. Direkt in der Zeile da drunter mit Ihrem Rufnamen und Ihrem Nachnamen. Das ist die Peste da unten. Und nochmal einmal jetzt. Ich muss nur bei Ihnen auch persönlich in jeder Form bedanken. Der Bezirk hat sich wirklich erwiesen als ein Regenbogenbezirk. Einmal anstoßen? Ja, einmal anstoßen. Einmal anstoßen. Bezirklichen Bürgermeisterin, Sie auch noch? Genau. Das nicht funktioniert. Der Bund muss aber halten. Danke, danke. Oh, aber wie. Wo Sie.